Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde um FIFA 13 Ultimate Team Diesmal, ah das nervt, so Diesmal spielen wir den Premier, oder was ist das? Premier Liga Trophy Mindestspieleranzahl Bucks Premier League 4 in der Startelf und Auswechsel oder der Mannschaft oder Mindestanzahl Tralala Spanische Liga und so Wisst ihr schon was ich meine? Ja, hier fehlt natürlich ein Spieler Wo kann der denn bloß hin sein? Ah, das war so ein Drecksspiel Sorgkiller, Lust auf ein Spiel Ah, jetzt spiele ich jetzt mal hier Äh, was hat ein David-Louis, wie fit ist denn der? Der ist ganz fit sogar Ich glaube, da nimm ich die beiden einfach mal rein Dann nimmst du mal Platz Äh, dann nimmst du auch mal Platz hier So Ja, ein Double Belém war glaube ich Sonst sind alle fit Yo, dann würde ich mal sagen Los geht's Premier Liga Trophy, so schwer auszusprechen So Mal gucken, ob der Typ hier Annimmt oder sowas Boah, ey Komm Wer sich übrigens Ach, ey Warum verlässt er eigentlich immer die Partie? So Zack Nehmen wir das Jetzt will er vielleicht auch mal spielen Ich weiß nicht, warum er die ganze Zeit die Partie verlässt hier Äh Hat da sich aber seine Rooney im Zentr Was? Die Mannschaft ist ja sehr eigenartig Bail packt er nach rechts außen Okay Okay, okay, okay Sehr, sehr interessante Mannschaft, muss ich mal sagen Los geht's, los geht's Komm, wenn ich noch weiter drücken würde, würde natürlich alles besser funktionieren hier So, komm Drück Ja, fein So, los geht's Ich hab schwer so ultra lang kein FIFA mehr gespielt Oh Oh Nein Was macht er da? Ich hab doch extra was gedrückt, damit er nicht direkt auf den Keeper zuspringt Tja, okay, dankeschön So Na, na, na Ach komm Ja, das war ein bisschen sehr easy Balotelli Also da war er ja ganz frei Guckt euch das nochmal an Da ist gar niemand Boah Also so frei Zum Kopfball kommen Darf da nicht mal Balotelli Also das ist ja Echt schwach vom Gegner Muss ich mal sagen Na so nicht, Kumpel So, los geht's Ah, das ist zu spät Er ist schon gestartet, aber Hat dann abgebrochen Balotelli Er schießt bestimmt drauf Ah, ah, ah Nicht, wenn ich ihn nicht Ah, Gott, nein Nimm doch mal einer den fucking Ball, ey So Da oben vielleicht Ah Ah Kommt an Oh, was war das denn für eine Scheißflanke Ganz ehrlich Das war echt eine Scheißflanke Ne, Scheißflanke So Lauf du dich mal warm da Oh, hat er mir ab Einmal für mich, cool Na, na, wer ist frei? Du bist frei, genau Oh, hab ich ihm den Ball geschenkt Da hab ich ihm den Ball richtig geschenkt Oh, schöner Pass Oh, der ist nicht drin Hahaha, die hat er aber machen müssen Ist der Position Oh, wow, 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 wow vorbei so der flanke kommt nicht durch scheiße es war klar so was war das denn die offensiv steht eigentlich wir nicht machen kann einfach kann sein dass er nur warte mal wer hat am mittelfeld gehabt schweinsteiger und wen noch nicht vergessen oh gott nein muss er zurück gelaufen habe ich noch nein knapp kann sein dass er nur high also typen mit high work rates im mittelfeld hat nein da war klar dass es kommt so was mache ich denn da am besten ich glaube ich gebe einfach eine spur defensiver ich glaube es steht ziemlich offensiv kann sein er lässt sich wieder sofort in den raum laufen wie kann er sich denn so leicht abnehmen lassen ne so nicht so der familien aber nicht abnehmen kann auf mit der zack zack nein man er lässt ihn nicht laufen ist doch scheiße ganz ehrlich so was müsste auch ein faul sein eigentlich oh gott tauris hat schon mal bessere volle ist geschossen aber der ball durfte na verdammt knapp war es knapp nein bleib stehen oh gott ey so bail kann vielleicht ein bisschen laufen jetzt laufen bail oh gott war das fail abgesehen mal davon dass er voll überhaupt nicht nah an mir dran stand und dass der trick sowieso zwecklos gewesen wäre wer selbst wenn er nicht ins ausgegangen wäre na egal 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 ach komm torres warum nicht mal bedienen aber na für sowieso nichts ah und er kriegt den ball sogar noch aaaaaa kriegt er noch ey ich hab's genau gewusst ach man wir haben uns zwar ein bisschen weiß zurückgespielt ah da ist noch ein verteidiger relativ nah dran so flanke verrückt hier volle ah viel zu schwach geschossen man 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 schuss komm nein was ist das für ein schlechter schuss gewesen ramirez hat der so einen schlechten schuss oh gott was war das denn für eine scheiße nein nein wo gehen meine pässe eigentlich immer zu hin das kann genauso wenig sein oh gott der joe so bail oh was mach ich da das war echt schwach von mir und da steht keiner mein freund oh oh komm bail 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 kriegt den überlaufen kriegt er kriegt er kriegt er und kriegt er nicht elfmeter hallo ja ecke toll hammer komm oh fuck bail na es gibt diesmal keine doch gibt wieder ecke warum hat er denn eigentlich zwei spiele auf einem haufen stehen na das macht doch irgendwas nein ich kann ich den nicht machen ey das kann nicht wahr sein oh gott es gibt diesmal glaube ich keine ecke oder schon wieder ecke die wievielte ecke ist das denn hier die fünfte oh jetzt mal keine ecke sofort und das halbzeit haha auch geil schön die ganze zeit ecken geschlagen naja nur relativ ausgewöhnlich in das spiel sehe ich ehrlich gesagt genauso und so steht es ja auch hier im spiel 1-1 bail ne ah verdammt na was macht er da nein nein boah wie haben ich oh ramirez schnell genug aber auch nicht ich kriege wenigstens seinen Wurf geschenkt oh oh hat er gut hat er da eigentlich relativ nein nein oh hat er noch hat er noch nein ach man also da hätte ich jetzt viel mehr draus machen müssen in der Mitte war fast keiner ne ne kumpel so einfach nicht oh oder doch kein Foul uah ey das war ein Foul komm nein äh nö warum warum naja er hätte auch schon mal drin sein können komm hast du noch sehr schön nasri oh verdammt doch der kommt da durch vielleicht äh 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 oh schießt er da von da hätte ich nicht gedacht den Kopfball kriegt da oh was kann was ich da mache Johnson komm Balotelli du musst jetzt da irgendwas reißen der ist drin der ist drin Balotelli 2 zu 1 der dümmste Jubel ever und es steht 2 zu 1 59 Minute sehr schön boah den musste ich aber auch machen oh Gott ey wenn ich den nicht gemacht hätte boah hätte ich mich aufgeregt da war ich mal so frei durch ja naja ist ja noch lange nichts entschieden ich hab ja gesehen dass er Tore schießen kann oh Gott jetzt macht er schon mehr so ne mega Kombi ey nein äh gibt doch keine Ecke und ich hab den Ball wieder Fernando Torres oh Gott der zweite war unnötig ich hab ihn trotzdem noch ok das war scheiße na gut manchmal will ich auch einfach zu viel so ich hab schon eine Nachricht bekommen komm yo wenn er nur Tore sagt 60. Minute sehr schön perfekt 3 zu 1 oh perfekt da rausgespielt und ich wollte den nicht flach spielen also ich wollte den hochspielen damit Tore genau sowas machen kann der kann den Ball nämlich so annehmen Puh das sieht doch schon mal viel besser aus jetzt 3 zu 1 außer macht jetzt noch ein Tor oh ho ho knapp sehr knapp wow da war ein sehr kleiner Mensch der da an dem großen Innenverteidiger stand und er auch immer da geköpft hat weiß ich grad gar nicht oh weia wenn ich Pech hab ist das ein Tor oh Gott jetzt macht er wieder ein bisschen Druck hier mehr als vorher und das war drin ja das war abzusehen wie nitsch scheiße 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 jetzt darf ich nichts riskieren hier wow ne ich hab den Ball noch ey ich hab den Ball noch oh pfff warum kann man nicht so eine etwas dezenteren hohen Pässe spielen so oh Gott den hätte ich mir vielleicht nicht abnehmen lassen sollen was macht der denn da ey der kriegt sogar noch den Einwurf und warum geht der Hannover sucht die da oben rechts die ganze Zeit on und offline ey ich warte einfach bis der Spieler gelaufen kommt kriegt er sogar angenommen nein 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 wow so boah weg da aus der Bahn balutelli ey das ist ein Foul und das ist ein eine sehr gute Position hier na ne ne das ist immer schlecht kann keine Freistöße mehr man kriegt doch zu selten die Gelegenheit wirklich Freistöße im Spiel zu üben hatte ich ja schon mehrmals angesprochen oh hat er den noch ey faul ich muss ich darf jetzt nichts riskieren mehr boah was wir wer mich überläuft ey er hat ihn komm 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 Johnson ach ne war scheiße ich habe ich und Johnson der Mann schöne Flanke bringt jetzt vielleicht gewisse ecke sagt mir das ecke ist es ist ecke sehr schön session sehr schön bayer schlägt die flanke und er macht den kopfball und er ist noch dran so kommen jetzt darf hier nichts mehr passieren es darf einfach nichts mehr passieren also wie ich mich kenne passiert wieder irgendwas zwar in den allerletzten oh gott was macht ich denn da ursprünglich noch eine ecke ich schenke ihm noch eine ecke tatsächlich hoho komm das mit an du nein ich habe es genau gewusst nur mir passiert immer so was die ganze zeit alter wie die schalter warum steht er auch die nummer 10 ist die nummer 10 warum steht da kein größerer spieler bei village das kann nicht wahr sein ich habe es genau gewusst ich habe es ganz genau gewusst dass genau so was passieren würde das schön abgefangen mann geil verlängerung man es war wieder mal so klar wie das mit seinen riesen kopf ganz ehrlich ja hätte sich verbessert jemand ging nach komm jetzt drückt bitte auf weitere und zwar sofort dankeschön ich glaube ich bleib mal auf defensiv auf der schiene bin ich bisher gut gefahren warum sind dann meine verteidiger wieder alle weg so komm nein er muss ihn annehmen erst kein absatz mein ohr war es bei mutilies zu langsam man seine presse sind so vorhersehbar einfach das kann nicht so wahr sein hier na auch gott was für eine hammerpass von hinten so nicht mein freund und bei schön aber nicht schön genug hier na verdammt na das war's oh gott was einfach ist keine pisse spielt die ganze zeit und wir damit auch noch durch kommt hier da nein nein oh man wie haben wir den spieler wieder weggerammt ey geil komm verdammt oh schön abgefangen ey der wär sowas von durch gewesen ganz ehrlich jetzt hätte das gegentor das entscheidende bedeuten können für mich oh oh perfekter pass nein nimm den mir ab das kann nicht sein ey ja so jetzt hab ich mal einen seiner komischen Pässe abgefangen ganz ehrlich war auch mal allerhöchste Eisenbahn Bail oh oh hat er einen Lack dass er da wirklich an den scheiß Ball rankommt erste Hälfte der Verlängerung vor dabei ja das ist genauso wie vorher so so naja er darf jetzt kein Gegentor schießen mir würde noch auch ein Elfmeterschießen reichen um ehrlich zu sein da ist noch ein Verteidiger komm Balutelli Balutelli nein warum warum oh oh Gott so komm du hast jetzt keinen Täusch nein puh ich glaub er hat auch seinen Nasrida Bail da vorne startet er nein er bekommt seine fette Birne noch dazwischen ganz ehrlich Einwurf ich würde gar keinen schnellen Einwurf machen ja ein langsamer Einwurf reicht mir was mach ich da eigentlich ich weiß es selbst nicht ganz genau so wie gesagt kein Gegentor kassieren nein nein er hält ihn boah ich denke hab ich sowas von drin gesehen ganz ehrlich hau ihn raus da alter kein abseits kein abseits nein 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 ja gg alter nein ich hätte alles besiegeln können ganz allein vor dem Tor ganz allein torres like ne er pfeift noch nicht ab nein nein na hab ich noch nein boah er hat ihn weggerammt aber sowas von äh Elfmeterschießen oh Gott ey wenn ich haue hier wieder alles kaputt aber die Chancen ey die Chancen die ich nicht genutzt hab mal gucken wie gut ich bin beziehungsweise wie schlecht mein Gegner ist das 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 oh er ist drin von an und deutsche acke Jo hoch 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 von Belge halten komm machen rein und der ist drin ganz sicher mein Bild so wie nahm man da jetzt Ruhi rechts ein Lumpf sie in Rhein schön gemacht sehr schön gemacht das traue ich mich nicht ich traue mich hier nicht zu lupfen und der ist drin ich habe gewonnen der hat aber auch gesessen meine Elfmeter sind todsicher neuerdings wieder boah das war mal wieder ein Hammerspiel ganz ehrlich das war wieder eins mit Spannung mit Emotionen mit allem drum und dran genau so ein Spiel Bale 9,1 alter Schwede 506 Münzen ist denn hier ne ist nicht drin der Versuch von meinen Tores guck mal an die Spielteile zack hätte doppelt so viele Schüsse aufs Tor aber man muss seine Chancen halt auch nutzen ne also gut boah ne das war wieder mal extrem nervend aufreimend ich würde mal sagen wir sehen uns dann im ich würde mal ganz kurz gucken steht hier wie lange der Pokal noch geht sehe ich das hier irgendwie ne Einzelspielerturnier ich würde gerne wissen wie lange der noch geht hier kann man es irgendwie sichtbar machen ich glaube nicht gut das war es auf jeden Fall mit dieser Runde ich hoffe es hat euch gefallen dann würde ich mich wie immer über eine Bewertung freuen und vielleicht auch über einen schönen Kommentar und dann würde ich mal sagen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin und tschüss bis dahin